Cristiano Ronaldo dos Santos Ivaru, Quiteinu Neltu, ist ein portugiesischer Fußballspieler. Er steht nach dem teuersten Transfer der Welt seit Sommer 2009 bei Real Madrid unter Vertrag. Er ist Kapitän und Rekordtorschütze der portugiesischen Nationalmannschaft. In der Jugendakademie von Sporting Lissabon ausgebildet, wurde Ronaldo mit 18 Jahren von Manchester United unter Vertrag genommen und entwickelte sich dort zu einem Spitzenfußballer. Zu Beginn seiner Karriere im rechten Mittelfeld eingesetzt, wechselte er später auf den linken Flügel und wurde einer der torgefährlichsten Spieler seiner Zeit. Mit Manchester United gewann er U.A. drei nationale Meisterschaften in Folge und im Jahr 2008 die UEFA Champions League. Nach seinem Rekordtransfer zu Real Madrid erzielte er für die Königlichen bisher in über 300 Einsätzen durchschnittlich mehr als ein Tor pro Spiel. Eine von Spielern einer europäischen Toplige im 21. Jahrhundert unerreichte Quote. Ronaldo gewann viermal den goldenen Schuh als bester Torschütze Europas und wurde mehrfach Torschützenkönig verschiedener Vereinswettbewerbe. Er gilt als einer der besten Fußballspieler der Welt und wurde dreimal zum Weltfußballer des Jahres sowie zweimal zu Europas Fußballer des Jahres gewählt. Hinzu kommen zahlreiche Top-3-Platzierungen bei diesen Wahlen. Seit seinem Wechsel nach Madrid liefert sich Ronaldo mit dem beim Erzrivalen FC Barcelona spielenden Leine Messi einen, auch durch die medienstilisierten Wettstreit um Torrekorde und die Wahl zum Weltfußballer. Familie Cristiano Ronaldo ist der Sohn von Maria Dolores dos Santos Avairu und Jose Denis Avairu, der im Alter von 51 Jahren aufgrund jahrelangen Alkoholkonsums an Leber- und Nierenversagen starb. Ronaldo hat einen älteren Bruder und zwei ältere Schwestern. Seinen zweiten Vornamen Ronaldo erhielt er nach dem damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan, welcher der Lieblingsschauspieler seines Vaters gewesen war. Ronaldos eine ältere Schwester, Liliana Katzia, ist unter dem Künstlernamen Ronaldo eine in Portugal bekannte Sängerin. Unter dem Label CR7 ein Numeronym, das sich aus seinen Initialen und seiner Rückennummer zusammensetzt, betreibt Ronaldo gemeinsam mit seinen Schwestern in Portugal zwei Modiboutiquen. Am 4. Juli 2010 gab Ronaldo via Facebook und Twitter bekannt, Vater eines Sohnes geworden zu sein und für diesen das alleinige Sorgerecht übernommen zu haben. Über die Identität der Mutter warte er stillschweigen. Von Mai 2010 bis Januar 2015 war er mit dem russischen Model Irina Schäkli irt.